Guten Morgen an diesem wunderbaren 1. September. Wir ziehen wieder eine Karte aus dem Doreen-Virtue-Schutzengel-Tago. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Für den 1. September fürs Kollektiv bitte. Was kriegen wir für eine Karte? Oh, da ist sie schon. Die 3 der Emotionen. Sehr, sehr schön. Du wirst wunderbare Neuigkeiten erhalten. Ankündigungen über Verlobungen, Schwangerschaften, Geburten oder Schul- und Studienabschlüsse kommen deines Weges. Neue Freunde finden sich ein oder Gemeinschaften gleichgesinnter Menschen kommen einander näher. Aufregende Neuanfänge oder ein glückliches Ende stehen unmittelbar bevor. Na, das ist doch was Schönes. Ich freue mich. Ja, ich wünsche euch heute einen schönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.